2. Morgen in Refugio Fornas und leider haben wir schon einen Ausfall mit einem kaputten Fuß, aber Abschlepp-Service ist schon da. Der Kutzen-Moragen Aja Musik Musik Ja, man kommt immer wieder an den Ort der Verbrechens zurück und da unten war es wo ich meine Motorradniederlegung veranstaltet habe Nummer 3 und Nummer 4 Fahr Musik 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 Und da unten sind so Häuser im See Da rechts Musik 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 Da muss noch ein See sein, habe ich gesehen. Ja, du kannst da schon noch reinfahren, aber da oben ist rechts Lago Zull irgendwas, sollten wir probieren. Da kann man selber drauf kommen, geben wir ja drei Minuten. Jetzt habe ich gehupt der schon. Trauen wir uns nicht. Valle ist schon kühl. Ja, das ist schon kühl. Ja, das ist schon kühl. Ja, das ist schon kühl. Wie im Regen fahren. Ja, das ist schon kühl. 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 Schafferlern. Hahaha Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Bevor wir jetzt auf dem Bus abgefahren sind, was haben wir da für Geschwindigkeitsbeschränkungen gehabt? 30. Das Rad war nach dem 30er. Aber ich habe es auch zu spät gesehen. Passo duran. Auch schön. So ein zweit. So ein zweit. So ein zweit. Mäh, 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 mäh! Ssie, 31, 22, 23, 24, 27 Ssie, 31, 22, 24, 23,-24 amiga Arsch! 31! Ampeln bin ich gar nicht mehr gewohnt. Wir sind zweit. Wo ist sie mehr? Kann man ruhig stehen bleiben, oder?